Wir haben diese Woche im Südtiroler Landtag über Katalonien diskutiert. Es ging darum, dass der Südtiroler Landtag sich mit Katalonien solidarisieren soll, denn auch Südtirol war in den 60er Jahren, als es darum ging, sich gegen die Unterdrückung des italienischen Staates zu wehrzusetzen, auf die Solidarität und auf die Unterstützung anderer Regionen und vor allem auch anderer Minderheiten in Europa angewiesen. Und deswegen war es ein schönes Zeichen, dass auch Südtirol jetzt nicht schweigt, wo Katalonien unsere Hilfe braucht. Das Vorgehen des spanischen Staates gegen die katalanische Regierung ist im Grunde genommen ein Anschlag gegen die Menschenrechte. Wenn man sich vor Augen führt, dass die katalanische Landtagspräsidentin verurteilt wurde und mit einer Gefängnisstrafe bestraft wurde, nur weil sie eine Debatte im Parlament über die Selbstbestimmung zugelassen hat, dann sieht man, dass diese Art der Rechtsprechung mit einem Rechtsstaat nichts mehr zu tun hat. Umso wichtiger ist es daher, dass der Südtiroler Landtag hier ein ganz klares Bekenntnis auch für die Selbstbestimmung zum Ausdruck gebracht hat. Denn wir Minderheiten in Europa sind nur stark, wenn wir mit einer gemeinsamen Stimme sprechen. Europa ist heute immer noch ein Europa der Nationalstaaten, aber nicht ein Europa der Völker und Regionen. Und es liegt daher an uns Minderheiten, selbst dafür Sorge zu tragen, dass wir unserer Stimme gemeinsam mehr Ausdruck verleihen und dass wir uns auch gegenseitig unterstützen. Und deswegen ist es wichtig, dass auch Südtirol Ja zur Selbstbestimmung sagt, Ja zum Recht der Katalanen auf eine freie und unabhängige Wahl über die eigene Zukunft. Denn wenn in Europa sich das Selbstbestimmungsrecht etabliert, wenn die Katalanen das Recht auf Selbstbestimmung haben, wenn die Schotten vielleicht in naher Zukunft wieder ein Referendum verlangen, dann muss und wird dieses Recht auch Südtirol zustehen.